In der großen Wurz, in der Ungel eines, eines, zwei. Europawahl. Wirtschaftskammer Österreich. Der Präsident Christoph Leitl. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen gemeinsam unsere Ziele und unsere Werte umsetzen. Und da brauchen wir ein aktives und handlungsfähiges Europäisches Parlament. Wir sind alle Europäer, wir sind alle Mitglied einer europäischen Gemeinschaft. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung über die Weiterentwicklung unserer europäischen Gemeinschaft. Daher ist es auch wichtig, dass alle, die dieser Gemeinschaft zugehören, egal wo sie gerade sind, egal ob sie in ihrem Heimatland sind oder in einem anderen Land unserer europäischen Gemeinschaft, dass alle die Möglichkeit haben und bereit sind, mit ihrer Stimme den Zukunftskurs Europas zu bestimmen. Ich glaube, dass man eine polnische Community gar nicht überzeugen muss. Sie wissen vielleicht mehr als wir Österreicher, wie wichtig es ist, in Demokratie und Freiheit zu leben und als Bürger mitzugestalten. Und ich bin überzeugt, dass unsere polnischen Freunde das nicht nur wissen, sondern dass sie es auch tun und daher bei der Europawahl dabei sind. In der großen Ruf, im Ungel eines, 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 eines...